ein spiel für die winterzeit until dawn city skylines eigentlich dann im tiefsten winter sozusagen auch wenn nicht viel schnee liegt ist bei mir tatsächlich immer die lust sehr groß auf minecraft ich finde minecraft ist ein super spiel super entspannt kann so ein bisschen kreativ werden obwohl das bei mir ja immer nicht so ist was jetzt hübsche gebäude oder sowas angeht sondern bei mir ist es eher dann der technische teil oder irgendwas funktional ist und also jedes jahr bekomme ich da lust drauf so ein bisschen da irgendwas zu machen in was für eine richtung auch immer und es ist ja auch zumindest wenn man survival spielt gibt es auch jedes jahr neue sachen zu entdecken also jedes jahr gibt es ein riesengroßes update für minecraft das letzte waren jetzt die höhlen und das davor war das nether und da ist wirklich jedes jahr vorprogrammiert dass man auch mal was neues sieht und was neues entdeckt das finde ich schon sehr gut vor allem wenn man das dann noch mit seinen freunden spielt das perfekte winterspiel ist eine schwierige nummer weil ich ehrlich gesagt ich glaube das definiert jeder anders und wer aktuell auch nicht unbedingt den krassesten winter haben aber ich habe mich für professor letten entschieden das habe ich nämlich vor kurzem wiederentdeckt also wir haben es beim ich ziehe ja gerade um deshalb nehme ich auch das handy auf und wir haben die alten ds spiele wieder gefunden und meinen 3ds und ich spiele seitdem professor lehnton das geheimnis philadelphia und es gibt echt meiner nach nichts cooleres als sich irgendwo auf dem bett bzw soverein zu kuscheln am besten noch mit hund oder partnerin oder was auch immer man gerade irgendwo noch findet und einfach ein paar stunden kurz zu datteln zu rätseln schicke süße geschichte mit voller coolen atmosphäre irgendein warmen getränktee oder von der sogenannten karte kakao mega aus kann ich nur empfehlen also das ist deshalb wähle ich professor letten als ein sehr sehr gutes winterspiel zu finden ja ich habe überlegt welches videospiel könnte sich für eine winterliche atmosphäre eignen wenn es draußen kalt und düster ist und man sich irgendwie in der wohnung in der warmen wohnung ein kuschelflächen warmen tee oder kakao trinkt welches spiel könnte sich da eignen und spontan ist mir ellen wake eingefallen ich finde so crime mystery spieler gerade auch ellen wake mit dieser düsteren atmosphäre es eignet sich sehr für den winter aber ich habe ellen wake schon mal genannt deshalb habe ich weiter überlegt okay welches spiel habe ich schon mal gespielt das ich dafür eignen würde und mir ist spontan until dawn eingefallen das ist ein ich finde ein unterschätzter kleines horrorspiel mit trash scham was so ungefähr um die glaube acht bis zehn stunden dauert das hat man an einem abend vielleicht an zwei schön durchgespielt wirklich nur zwei winterlichen abende mit einem warmen tee oder einem kaffee oder so zu hause in der warmen wohnung so ein schönes horrorspiel was auch eine sehr winterliche atmosphäre hat und ja ich finde halt allgemein diese so horror crime mystery sachen das eignet sich halt wirklich sehr für den winter tatsächlich für mich ist es gar nicht direkt ein spiel bzw eine spiele empfehlung sondern eher eine spielreihe und das ist tatsächlich so eher so richtung simulation oder auch aufbau also ich kann mich da ehrlich gesagt nicht genau festlegen so was wie sims oder city skylines würde da schon reinfallen weil das halt einfach ein spiel ist das frisst unglaublich viel zeit und das sind spiele die fristen unglaublich viel zeit und gerade mit solchen spielen kann gerade diese depressive zeit im winter besser rumkriegen